Neeeeeeen! Ich würde ja jeder für sich freuen, zu sein. Ich würde ja jeder für sich freuen, zu sein. Ich würde ja jeder für sich freuen, zu sein. Ja, das ist noch nicht cool. Weil ich bin drinnen. Ach ja, richtig. Helm, nehm. Du hast mich davon überzeugt oder du hast mich davon überzeugt? Du hast mich davon überzeugt. Du hast mich davon überzeugt. Schau klein, ne? Guck mal, ich bin da innen. Donner-Schreis-Helm, hast du den? Ja. Du auch? Ne, nein. Diese Boss-Fights kann ich schon mal gar nicht mit. Komm ich noch mit speziellem Elefanten nachmachen. Na, du lass so ein Ding steuern, das will ich dich mal sehen. Das will ich dich mal sehen. Sehr gut, ne? Oh. Ha, ha, ha. Ich will einfach keine Belohnung haben. Oh. Ein Knöchelchen. Den nehm ich mit. Okay. Ich will mir ein bisschen zur Belehrung gesessen, ne? Ich geh mal auf an. Alles klar, ich bringe uns hier raus. Oh. Und so. Oh. Tonne ... Was ist das? Star Wars Episode eins eint Sonnen到底? Nein, ich war der Hund zum Glück. Von einer Egalbebiske. Du bist vom Hound gefeiert. Wie konnte das denn besitzen? Ne, weiß nicht. Aber ich bring dich hier wieder um. So, das, 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 das. Wir haben einen Live-Tab. Ich komme. Froschhock. Ich bin ein Freund von Froschhock. Da, 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 da. Volgen, Volgen, Volgesehn, Volgen. So, wo wollen wir denn meinen Fokus machen? Oh, oh, ich krieg Fokus. Habe ich meinen Testurbild? Nein, ist es weggegangen? Du hast weggegangen. Ah, okay. Das hat jemand anderes bereits abgelehnt. Du hast ihn abgelehnt. Ich habe ihn nicht abgelehnt. Ich habe ihn nicht angemessen. Oh, philosophisch. Was ist der Ansatz, hä? Ich gebe dir auf diesem Niveau, brauchen wir gar nicht anfangen. Oh, kommt der Kogit ja nicht mit? Eine Budding, Budding-Flower. Oh, das brauchen wir für den Quest. Ich nehme das mit. Interrupt. Interrupt. 안मig. Wie ist es? Run. Gut. 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 Okay. Winches Toast. Winst du's? Winst du's? Mhm. So, wie hätt ich den nicht in der Wapdado? Ich weiß nicht, wo wir jetzt her haben. Cooler, wärst du nicht geboren, wüsste ich auch nicht, wo ich jetzt sein könnte. Du hast gesehen ja, wie ein Grinchierend. Habe ich gesehen? Hast du wirklich gesehen, Screamy? Ich konnte den Shearing-Prozess richtig sehen, Cooler. Ja. Alter, das hat mich echt beeindruckt. Dankeschön. Das war die schiere Unmöglichkeit. Das war abzusehen, dass ich's nicht kriegen will. Fasch. Grüß, Grüß. Hier ist ein Bass. Komm her. Das war's. Ja. Was? Ja. Was? ich hab's nicht in Ordnung Wünsche nein er kann schon wieder hab ich gleich auch Wünsche sind auch abgelehnt sein das muss so erneuend sein wenn ich mir das so vorstelle Glück, haben wir fast geschafft das war die Beute Ich hab's nicht in Ordnung. Wünsche. Ich hab's selbst. Nein, er kann schon wieder. Hab ich gleich auch. Wünsche. Wünsche sind auch abgelehnt. Wünsche. Das muss so erneuend sein, wenn ich mir das so vorstelle. Glück, nur mal fast geschafft. Sehr knospisch ist es ja. Was die Inni hier jetzt so lange dauert noch. Jo, die Warnzeit ist auch explodiert. Von 7 Sekunden auf 8 Minuten. Ist das 100-fache? Hm. Ich würd nicht gerne als Tank eintragen können. Ja, das war der Vorder von einer anderen Combo. Aber man darf PvP nicht von PvE abhängen. Das ist korrekt. Alles müsste auf PvP ausgerechnet sein. Alles. Alles. Ich wiederhole alles. Boah, es ist so schön hier. Aber da hin will ich nachher hin und da und das sehen. Das wird schön. Das wird super schön. Sprechen. Ich hab gar nicht in Ausdrucks. Puh. Warte, oder? Was soll da? Wenn die Dinger sterben, passiert etwas, Kolja. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Ich muss dir da solche Einheit gewinnen. Das kann man angreifen? Tatsache. Ich hab vor, was würde passieren, wenn man das nicht macht? Na, siehst du hier? Muss eigentlich so ein bisschen müssen. Irgendwann verschockt. Oh Gott, die sage ich, ich weiß ja. Schnell hier weg. So sollte es eigentlich sein, dass sie so nebeneinander sind. Da war es wohl verpackt. Ja, wahrscheinlich war da so wenig Platz. Hier ist nämlich der Ursprung dieser Seuche. Das ist meine Theorie. Und dieser Inni. Die hat schon immer so ein Dorn und Gewucher. Die Inni war da ja auch schon immer ein Dorn im Auge. Also bitte, Holger. Ja. Du bist persönlich befangen. Ich bin nicht persönlich befangen, ich bin stark befangen. Und mitgegangen? Mit befangen wird er gehangen. Ich hab Akku. Ich fang schon mal an. So, jetzt sehen wir meine Mausposition mal verbessern. So. So ist gut. Ich werde dich heilen. Blöp. 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 Ah, lolololololol. Oh, Seenstein. Pug. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ich wollte schon sagen, was ist noch aus in Gruppe. Schon bei dem anderen Mann. Der belagst ja beide Mal an dir. Schrieben nice. Okay, ich bleib. Froschack. Froschack. Ich schau mal, was ein Froschack kostet. Boah, Edelsteine schleifen. Da hab ich eine passive Volksfähigkeit. Ähm. 131 Mana. Boah. 131 Mana. Ich, ich, äh. Gucken wir mal. 138 Mana. Ich möchte mich korrigieren. Und mein... Heilende Vogel kostet 198. Und Welle der Heilung nur 66. Das heißt, Welle der Heilung wird umsonst. Und Heilende Vogel kostet gut 70% weniger. Ich wette, es kostet dann ein Mana. Das ist so, so ein, äh. Das absolute Non-Summen-Spiel. Das wie, wo Sachen verkauft werden zu einem Euro. So ein Park oder so. Hier der Park in Bad Eisen wird für eine Euro verkauft. Aber halt nur so ein, damit man es als Kauf titulisieren kann. Ja, titulisieren. Mein Vater hat auch von seinem Bruder ein Auto für einen Euro gekauft. Spricht mit Vertrag aus. So. Wenn ich vor Schorkel, dann schockt die Welt sich mit mir. Schau. Das ist sinnvoll, dann tatsächlich den teuren Heal zu benutzen, wie auch so. Was ist überhaupt für eine komische Kalkulation? Der teure Heal castet viel schneller und heilt viel mehr. Wenn er langsamer wenigstens mehr heilen würde. Ach, Blödsinn. Weißt du, mich beruhigt, dass du sowas schon durchschauderst. Das heißt, die Arena wird wahrscheinlich schon mal nicht Sagi, in dem schon mal. Oh, ein Tausender Heal. Natürlich wird es nicht Sagi. Will ich dann auch anfangen, meine Totems immer zu setzen? Okay, das habe ich mir schon gedacht. Das ist schon ein Kai-Wood, dass ich ohne Totems spielen werde. Ja, und dass wir auch keine Buffs kriegen. Die müssen wir ja auch ständig wieder neu setzen. In der Arena ist das eine ganz andere Geschichte. Was ich fragen wollte, musst du mir irgendwann mal sagen. Und zwar, ob man Spellpower-Buff-Totem haben kann. Ne, nicht Spellpower. Spell-Haste und Melee-Haste. Das würde ich gerne wissen. Das kann ich noch nicht entscheiden. Deswegen sage ich es dir jetzt schon mal, bevor ich es wieder vergessen habe. Dann hoffe ich darauf, dass du dich daran erinnerst. Aber ich kann es vielleicht doch schon herausfinden. Sag mir, wenn jemand Baum geht. Okay. Und zwar, ich gucke einfach, zu welchem Baum die gehören. Spellhaste. Das ist... Totem... Stürmischen Zorns. Erdschild läuft gleich was. Zaubertempo, Erhöhung 5% ist das? Denkel. Stürmischer Zorn. Das ist... Warum steht denn da nicht, was das für eins ist? Ruide kriegt der Mensch. Das andere heißt... Das andere heißt... Tut ihm... Nein. Du hast keine Idee, wie das heißt, oder? Nein, weiss ich gar nicht. Ach, Zaubermacht wolltest du wissen. Nein, nein, Zauberhaste wollte ich eigentlich wissen. Okay, Zauberhaste kriegt der Mensch. Also Zauber... Dings... Das scheint mir Wind zu sein. Äh, Haste. Ähm, jetzt möchte ich noch etwas finden, was anderes... Boah, Drehmottodum. Oh, Drehmottodum. Oh, Drehmottodum. Wie immer ist es. Und bei allen immer nur abklingt es halt. Okay, du kriegst Damage. Das ist schön geklärt. Ich finde kein Tod, was, was, äh... Angriff... Tempo erbildet. Hm. Ich habe mir das nur eingebildet, dass das gibt. Hm. Könnte sein. Ich finde nur einmal 6% Spellpower und 5% Haste für Spells. Okay. Das tut mir leid, ich will. Dass ich dir damit nicht dienen kann. Ne, das ist... Das ist gut. Ach, mein Gott. Ich bin ja so wichtig hier als Healer. Hm. Mein Pad geht down, oder? Oh, warte. Da kann ich jemanden healen. Sie ist auch nur... Tja, ich hatte vorher keinen Schock. Enttäuschung machte sich breit in Scoobys Mundwinkeln. Ich habe einen Boss gepult. Jetzt kommt vielleicht der mit. ... ... ... ... ... ... Warum, warum glaube ich, dass das selber preis? Hahaha 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 ... 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 Das werde ich gleich tun. Und ja. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Oh nein. Ich verfehle immer mal wieder. Hm. Nice. Mein Pet kann jetzt Intelligenz buffen. Ne, ihr wisst das. Na ja, Mana und Mana Recovery. Immerhin etwas. True. True. Monster live tip. Oh nein, Scooby, warte. Ich hiel dich gleich, ne? Will den Schock setzen. Jetzt kommt irgendwas. Ein Stein fällt von der Decke. Oder ist Scooby tot? Könnte passieren. Aber wir wollen mir das Beste hoffen. Wahrscheinlich auch nur ein Stein. Weil du irgendwie blöd in der Gegend rumgeschockt hast. Ich schock dir nicht rum. Ich pulle noch mal. BAM 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 BAM. Vielen Dank.